Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Barbie Rettet die Wildpferde. Wir müssen unser Pferd erstmal putzen. Ja, das habe ich auch gerade gesagt. Okay, dann putzen wir unser Pferd und dann reiten wir weiter zu dem nächsten Pfad. Okay, wir wissen ja schon, wie das funktioniert, dann seifen wir mal den Striegel ein und seifen wir ihn wieder ein. Ach Mensch, jetzt müssen wir den wieder einseifen. Immer wieder dasselbe mit dem blöden Striegel, ne? Und ja, ich hoffe, die Barbie Serie gefällt euch noch. Ich habe gesehen, dass gerade sehr wenige die schauen. Wenn euch dieses Spiel nicht mehr gefällt, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren sagen und ich werde dann stattdessen ein anderes Barbie-Spiel oder was anderes spielen. Obwohl ich ja jetzt an drei Tagen was hochladen werde. Das heißt, dass ihr drei Tage lang... Das Pferd bleibt noch sauber! Genau, dass ihr dann drei Tage lang in der Woche was habt. Und zwar habe ich mir gedacht, montags, weil Montag ist ja nicht jedermanns Lieblingstag. Aber ich habe da früher immer was gehabt, jeden Montag, auf was ich mich freuen konnte. Und dann sieht man auch den Start der Woche etwas mehr positiv. Und vielleicht seht ihr es dann etwas positiver, dass am Montag, wenn Monster High kommt, was ja am meisten gefragt war, dass ihr dann mehr Spaß habt montags. Gut gemacht! Das wird wieder sauber! Okay, dann laden wir mal los. Genau, dann starten wir mal los, sobald es geladen ist. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir waren letztes Mal, weil es immer so eine Weile lang her ist. Weil ich ja jetzt drei Spiele aufnehme. Das heißt, ich nehme das jetzt zuerst auf, dann nehme ich Disney auf und dann nehme ich Monster High für euch auf. Oder andersrum. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es dann. Mensch, das braucht aber immer so lange zum Laden. Damals auf der... Wollen wir kurz gucken, ob wir ein neues Pferd haben? Ich gucke nur ganz schnell. Damals auf der Playstation 2, da hat es natürlich viel, viel länger gebraucht, um zu laden. Also da hat es teilweise schon zwei, drei... Nein, vielleicht nicht zwei, drei Stunden. Aber hat doch schon etwas länger gebraucht. Das ist unser neues Pferd, oder haben wir noch mehr Pferde? Ach nee, guck mal, das ist unser neues. Und dann wählen wir mal das neue. Das ist Diamant. Und dann ziehen wir Diamant mal auch an. Schon irgendwie witzig. Es heißt, Diamant hat aber auch einen Stern auf dem Vorderkopf. Okay, wir lassen die Farben... Ja, Babel, das wissen wir schon. Wir lassen den Stern mal. Äh, die Augen ändern wir zu grün. Also ihr wisst ja, das gefällt mir am besten. Dann lassen wir das mal so. Aber ich glaube, dass wir die Haarfarbe ändern sollten. Vielleicht in Weiß gefällt mir jetzt am besten, aber vielleicht passt Rot doch irgendwie besser zu dem Pferd. Ja, ich glaube, wir nehmen Weiß. Okay. Genau. Dann machen wir mal weiter. Wir lassen es ebenfalls weiß. Und den Schweif. Den Schweif machen wir auch weiß. Den Sattel. Haben wir da jetzt irgendwelche neue Sattel, glaube ich? Sattel anlockt? Oder freigeschalten? Wir nehmen einfach den hier. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas Neues haben. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist alles, was wir haben können. Dann nehmen wir das. Weil das schön bunt ist. Und das passt auch dazu. Und ein Band. Da haben wir ja ein paar Bänder. Ich schaue mal gerade nach, ob wir irgendwelche neuen haben. Nee, gut, dann nehmen wir das. Das gefällt mir eigentlich am besten. Welches Band hat euch denn besser gefallen? Das Grün, Grün-Lilane, die Schleife oder das andere? Das habe ich jetzt. Okay, das ist unser Pferd. Dann verlassen wir jetzt mal. Damit wir nach... Damit wir in den Silbertal-Stallungen gelangen. Und dann danach reiten können. Und wir müssen auch noch den Freundschaftsmeter definitiv auffüllen. Aber das können wir ja machen, weil wir spielen. Und zwar habe ich mir jetzt letztens die Haare gefärbt. Oder vor ein, zwei Tagen. Und zwar sind sie jetzt rot-pinkisch. Also, ähm... Rot-pinklich. Und zwar wollte ich wissen, was für eine Haarfarbe habt ihr denn? Oder dürft ihr euch schon die Haare färben? Und habt ihr euch schon die Haare gefärbt? Und wenn ja, was für eine Haarfarbe habt ihr? Oder was ist eure gefärbte Haarfarbe? Also, meine natürliche Haarfarbe ist braun. Aschbraun. Und zwar habe ich da einen Aschton drin. Und den mag ich überhaupt nicht. Und deswegen färbe ich mir immer die Haare. Und ich finde mich... Ich glaube, hier waren wir stecken geblieben, oder? Ja. Und zwar finde ich mich mit... Ähm... Ja. Finde ich mich mit roten Haaren am besten. Und ja, da wollte ich euch... Deswegen wollte ich euch fragen, was ist denn eure Traumhaarfarbe? Oder wollt ihr euch die Haare färben? Und wenn ja, welche Farbe? Und was ist eure natürliche Haarfarbe? Ich kenne doch einige Leute, die mögen ihre Naturhaarfarbe, lassen es dann so, aber ich bin da eher... Ich mag rot. Und rot ist ja in der Natur oder bei natürlichen Verhältnissen sehr, sehr schwierig und fast nicht mehr da und ja. Aber ich habe nicht so ein rot. Ich habe ein bisschen anderes rot. Okay. Ach Mensch, das arme Fohlen. Dann holen wir uns das gleich aber erst noch eine Karotte. Oh mein Gott. Das ist so rutschig. Okay, dann hier noch. Ja, das habe ich gemerkt, ne? Aber so toll ist es, da auch nicht zu gehen. Weil es so rutschig ist. Also wirklich. Mögt ihr denn Eislaufen? Ich weiß nicht, ob ich das schon gefragt habe, aber ich mag Eislaufen, aber ich bin nicht sehr gut da dran. Oh mein Gott, da braucht... Rennwarn ist eine sehr, sehr schlechte Idee. Also jetzt eine richtig schlechte Idee. Okay. Vielleicht solltest du versuchen, Barbie, mir weniger Tipps zu geben, weil ich jetzt da rüber reiten. Okay. Dann bin ich jetzt einfach mal ruhig und sitze kurz ab. Absitzen. Vielleicht ist es etwas besser, wenn wir rüber laufen. Einfach... Einfach so. Oh Gott. Nee. Ist auch nicht wirklich sehr viel besser. Okay. Vielleicht können wir hier... Hier durch. Und dann können wir... Nein. Können wir auch nicht. Okay. Dann rufen wir jetzt mal unser Pferd... Och Gottchen. Wo gehst du hin? Ach. Genau. Komm zu mir. Pfeifen kann ich übrigens immer noch nicht. Also ich konnte ja noch nie pfeifen, also... Guck mal, das Pferd, das rutscht auch... Nein, 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 nein. Zurück, zurück. Nein, zurück. Guck mal. Zurück. Hierhin. Genau. Ganz genau. Okay. Wir reiten jetzt mal da rüber. Vielleicht kommen wir dann... Im Endeffekt... Och Gott. Das wird richtig nervig. Ähm. Im Endeffekt rüber... Ach, guck mal, da ist auch noch ein Fohlen. Wieso das denn? Hä? Nein. Och. Göttchen. Reit mal hier rüber, dann spring. Oder auch nicht. Okay. Dann nicht. Oh mein Gott. Die Kamera. Och. Ich glaube, das war damals schon so nervig. Jetzt ist es überhaupt richtig nervig. Och nee, komm. Nee, was machst du denn? Geh hier... Das will das Pferd nicht. Komm, hier rüber. Hier rüber. Ganz genau hier. Okay. Was ist das denn? Bleib doch stehen. Ach, ich glaube, ich muss da das... Ähm. Okay. Ich glaube, ich muss da... Hier rüber. Und mir diese Schneeflocke... Also auf dem Brett ist eine Schneeflocke. Und das muss ich dann wahrscheinlich holen. Und... Ach ja, aufheben. X. Okay. Jetzt hat die das hier... Hier. Entschuldigung. Jetzt hat die das hier unten rechts. Und jetzt können wir das Objekt benutzen. Okay, Fohlen-Tätschen. Okay, dann nehmen wir uns noch die Karotte hier. Und dann gehen wir zu dem Sicherheitsposten. Und dann gehen wir wieder zurück, weil ich will wissen, wie wir das andere Fohlen haben können. Okay, geh einfach hier hin. Guck hier hin. Okay. Und ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber das Eis, das knackt so schön. Ich mag es ja momentan im Winter, wenn man mit dem Auto drüber fährt oder wenn eure Eltern mit dem Auto drüber fahren und das Eis so schön knackt. Ich gehe jetzt nur schnell hier rüber, um mir die Karotte zu holen. Und dann werde ich... Ist das nicht schön? Dann werde ich hier rüber gehen, zu Fuß, weil mir das mit dem Pferd zu blöd ist. Das rutscht so rum. Ich weiß, es braucht etwas länger. Uh, 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 sehr rutschig. Ich weiß, es braucht etwas länger, aber mit dem Pferd ist mir das irgendwie doch zu doof dann. Okay. Achso, was ich noch sagen wollte, da jetzt ja überall Schnee und alles gefroren ist. Ähm, wenn ihr irgendjemand sieht, vielleicht haben eure Eltern das auch schon euch gesagt oder eure, eure Lehrer, ähm, aber ihr solltet niemals, wie jetzt Barbie hier, auf einen gefrorenen Fluss gehen, weil das richtig böse enden kann. Also wir hatten da schon, ähm, ne, dass dann halt jemand reingeflogen ist und der ist dann unters Eis gerutscht und, äh, ja, das kann, wie gesagt, richtig blöd enden und das solltet ihr nicht... Wie komme ich denn da rüber? Naja, da kommt man vielleicht dann irgendwie auch anders rüber. Ähm, wie gesagt, das solltet ihr dann, äh, nicht ausprobieren wollen. Also ich hatte da auch immer Angst, dass wenn ich dann, ähm, runterfalle und, ähm, jetzt, ähm, oder wenn ich dann reinfalle, dass ich dann unters Eis gerate und... Egal, wie gut ihr schwimmen könnt, es ist richtig, richtig kalt. Also, gefrierend kalt und da wollt ihr... Zügel. Und da wollt ihr wirklich nicht hin, also da will, darunter will wirklich niemand... Ach, komm doch. Komm, ach, okay, dann sitze ich halt auf, obwohl ich ja jetzt eigentlich nicht wirklich will. Okay, dann probieren wir das jetzt. Ich finde, auf dem Pferd übrigens ist es sehr viel rutschiger als auf unseren Schuhen. Was ich ja jetzt auch richtig blöd finde, ne? Weil ich rutsche jetzt hier überall hin. Ist da drüben was? Ist das Wasser oder wie? Kann ich da rein reiten? Nee, kann ich nicht. Okay, dann gehe ich wieder zurück. Und dann... Achso, ich wollte euch auch noch fragen. Ich hatte da ein Spiel, als ich jünger war, ob ich das mit euch spielen soll, wenn ich es finden kann. Und zwar... Hooray! Und zwar, ähm, war das was mit Bibi und Tina, also Bibi Blocksberg, ob ihr das kennt. Also, als ich jünger war, war das ja ein Hammerknaller. Ach, guck mal, da ist ein Tierchen. Da werfen wir jetzt einfach einen Apfel hin, Futter ablegen. Ach, das war natürlich eine blöde Idee, gerade next... next... neben uns. Okay, ganz schnell sammeln wir jetzt die Münzen ein. Ja, Bibi, ne? Das war jetzt ein bisschen zu spät, da sind wir schon hingegangen. Ähm, dann sitzen wir wieder auf. Und dann reiten wir hier entlang. Ach, guck mal, da hat's noch mehr Münzen, die wir einsammeln können. Dann machen wir das mal. Äh, da wollen wir nicht mehr wieder zurück aufs Eis gehen. Warte, was war das? Äh, Kamera... Kamera? Nein? Okay, dann nicht. Okay, ich dachte, da wäre eine Münze, aber da war dann doch keine Münze. Mensch, der Baum ist aber auch echt im Weg hier, oder? Ähm... Okay. Dann können wir ja wieder ein bisschen rennen, weil wir jetzt ja zum Glück nicht mehr auf dem Eis sind. Dann schauen wir doch mal auf die Schilder. Ach, guck mal, die Brücke. Da müssen wir hin, um das andere Fohlen zu... äh... zu kriegen. Dann gehen wir doch auch mal. Ach, guck, hab ich mir doch gedacht, ne? Dass man dann hier das andere Fohlen haben kann. Oder nicht haben kann, holen kann. Okay. Da ist dann auch ein Waschbär. Und ja, das andere Fohlen retten wir in der nächsten Folge. Ich weiß nämlich gar nicht, wie spät es jetzt ist. Ich glaube, schon viel zu spät. Und, äh, ja. Bis dahin. Eure Käsekuchen. Tschüss. Eure Käsekuchen. 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 Vielen Dank.